Hi, ihr seht hier meine Greifhand, meine linke Hand und die wird euch jetzt gleich Kling-Glöckchen-Klingelingeling vorspielen. Okay, geht los. Die Tabulatur dazu könnt ihr unten bekommen. 1, 2, 3 und... 2, 3, 4 und... 3, 5 und... 8, 1, 3 und... und dann immer wieder von vorne so oft wie ihr möchtet okay danke